Was macht die Isu? Oh, die Isu habe ich ewig nicht mehr gespielt. Wirklich Jahre. Ich habe die so schnell durchgespielt, ziemlich, als die ins Spiel kam. Oder im Spiel war. War ich schon seit Anfang an im Spiel. Ziemlich fix. Ich muss eigentlich gehen bei Heaviestoppen. Oder ein paar Mediumsnipern. Oh, das tut mir leid. Sorry, Mann. Dann wünsche ich dir noch mal, trotzdem noch mal ein herzliches Willkommen. Und auch Dirk. Dich habe ich seit dem Intro schon gesehen. Peace. Inno ist Du. Ich glaube nicht. Wenn es ein Tank sonst wie oft auf dem Stream gab, dann gibt es ihn wahrscheinlich erst mal nicht in der Runde. Hey Will, grüß dich. So, jetzt habe ich hier so eine Clan was Camo draufgepackt. Jetzt habe ich doch hier den ultimativen Sniper. Einfach mal auf gut Glück reinballern. Ah, da zu treffen ist natürlich sehr, 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 sehr optimistisch. Weil da in der Mitte steht der Type oder sowas vielleicht. Und da ist alles in dem Busch so. Nein. Klar, fahre mal spotten. Und das ist ja sehr, 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 sehr gut. Okay. Okay. What the f**k? Einfach mal eine Heavy tanken Stufe unter mir. Seitlich geohnt. Schüttet. Ja, kann man machen. Alright, komm vor zwei, gehst du da auch noch. Am x40 spottet. Ernsthaft. Naja. Ist doch ein lecker Snack. Leute. Ist ne kleine Ente. Entenbraten. Nehm ich mit. Easy Entenbraten, easy life. Wie ich auch schon gestern sagte, wenn ich das nicht will, dann wird hier nicht gespottet. Worth it. Kill this kill. Ich vermute ja, dass der Type 64 immer noch in der Mitte sitzt und spottet. Das nehm ich mal ganz stark an. Wolltet ihr sitzen? Ganz oben, wa? Damit man auch so weit wie möglich um die Ecke spottet. Lass ich jetzt wieder sitzen. Aber no. Aber wir haben Zeit. Really? Kill this kill. Also genau, das ist keine deutsche Gun. Keine deutsche Gun trifft so gut. To this thing. Oh! Okay, shit. Jetzt geht's gleich wieder Grill auf meinem Nacken. Aber ich bin hellseher, ne? Boah! Nice, C40. Selbst in Lothias fahren die Artis mit X2 rum. Das ist ja. Wow, what the fuck? Holy shit, Alter. What the fuck? Ja. Russia regelt, Leute. Russia regelt. Das ist ein Pichel, ey. KV2 halt, ne? Wahnsinn, echt. Wahnsinn, das Gerät. Ich glaube, ich lade für ihn jetzt halb mal eine AP. 450 mit HE. Mit... kritisch. Shit. Ah, er spielt das sehr clever. Nicht dumm. Shit. Nicht dumm. Ich weiß nicht. Ich kann jetzt nicht da ab. Der ist weg dem Tom du, den brauchst du eh nicht mehr. Wettlauf gegen die Zeit hier mit dem Relat. So, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, was AP angeht oder HE. Ich würde sagen, ich bleibe mal auf dem HE. Die beiden, die drei sind auf jeden Fall One-Shot mit HE, OI weiß ich nicht. Frontal bahnt sich da bestimmt mit AP. I don't know. Alles ne Arti? Kleine 38 in AI. Ich helfe, ich helfe dir. Kleine Matze. Diese kleine Minion, ja. Aber ich helfe doch. Und weil die hat mich vorhin da irgendwo vom Feld beschossen, ne? Ja, fein gespottet, kleine Minion. Wunderhübsch hat er das gemacht. Oh, komm, fahr safe, kleiner Minion, fahr safe. Lass den Papi regeln. Der macht das schon. Kleiner Minion, du könntest da die Arti irgendwo holen fahren. Ich wäre dir sehr dankbar dafür. Lauf! Minion, lauf! 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 Hättest du da ne Kanone mit der ich jetzt in dem Stand one-shotten kann? Ah ne D derd-Kanone, ne? Lauf, kleiner Minion. Lauf! Go! Ehh! Ne, komm! 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 Komm zu Papi! What? Ey! Na gut, ne? So geht's auch. So geht's wirklich auch, ja. Wenn der Schuss vorbeigeht, dann regelt der Ramm. Oh, mein Minion! Ey! Nooo! Mein kleiner Freund! Leute! Schweigeminute für unseren kleinen Minion! Just kidding, weiter geht's! Komm an den letzten Kerl! Geht rekt, Gegner! Geht fucking rekt, Leute! Geht fucking rekt! Tja, Leute! Ähm! Eiseröffnungsspiel würde ich sagen, kann man das so stehen lassen, ne? Jaaa! Jetzt brauchen wir aber mal hier kurz für den unseren kleinen Minion! ... 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